Rosas Rache an Gerner und Katrin für die Übernahme der Lehmann-Bank fiel in der Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« niederschmetternd aus. Von Gerners ehemaliger Assistentin Heike Rickmann erfuhr Rosa ein Geheimnis, dass die Familienbande des Gerner Clans zu zerschmettern droht. Johanna wusste bisher noch nicht, dass sie kein Wunschkind war, sondern eher das Gegenteil, entstanden bei einem Schäferstündchen von Katrin und Jo, das eigentlich das Ziel hatte, Leon eifersüchtig zu machen, fasst Schauspielerin Charlotte Reschke die jüngsten Ereignisse um ihre Rolle zusammen. Und weiter, als Katrin gemerkt hat, dass sie schwanger ist, und von wem, wollte sie das Kind nicht bekommen. Jo hat ihr zwei Millionen geboten, damit sie es zur Welt bringt und ihm direkt nach der Geburt überlässt. Diesen Deal hat Katrin dann platzen lassen, weil sie tiefe Gefühle für ihr eigenes Kind entdeckt und dann um Johanna gekämpft hat. Leider haben Johannas Nachforschungen ergeben, dass Rosa recht hat. Sie wirft ihren Eltern vor, stets bereit zu sein, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu rammen, wenn nötig. Du hast mich echt verkauft? An Papa für zwei Millionen? Richtet sie ihr Wort an Katrin, bevor sie ihren Vater anklagt? Und du hast Leon in die Klapse einweisen lassen? Johanna, die immer weggesehen hat, will nicht mehr schweigen. Ihre Vorwürfe treffen besonders Katrin mitten ins Herz. Deshalb hast du mich auch ins Internat abgeschoben, weil du keinen Bock auf eine Tochter hast. Jasmin wolltest du auch nicht. Und du hast mich entführt und meinen Tod vorgetäuscht? Wer seid ihr? Ich habe das Gefühl, ich kenne euch gar nicht. Ihr benutzt alles und jeden, sogar mich. Ihr seid manipulative Egoisten. In Wahrheit liebt ihr nur euch selbst. Hört endlich auf euch einzureden, dass ihr alles nur für die Familie macht. Demnächst wird Johanna die Möglichkeit bekommen, sich zu rächen. Du hast jedes Recht, verletzt zu sein, aber wir müssen doch einen Weg finden. Wir sind nicht stolz darauf, was damals passiert ist, aber du weißt, dass du das Wichtigste für uns bist, versucht Katrin die Wogen zu glätten. Doch Johanna bleibt auf Konfrontationskurs. Ich erpresst andere Leute, um euch zu bereichern. Eure Geschäfte kotzen mich an. Dann schaltet sich gerne an. Dafür hast du aber die ganzen Jahre sehr gut davon gelebt. Wo war diese moralische Empörung, als wir dir deine Wünsche erfüllt haben? Als am Abend Gernas erste Pressekonferenz bei der Lehmann Bank ansteht, bekommt Johanna die Chance sich zu rächen. Denn sie soll als Erbin anwesend sein. Sie ist eine Flemming-Gerner, das wird sie noch merken, so der Anwalt zu Katrin. Gerner will den Vorstand und die Aktionäre in Sicherheit wiegen. Wird sie es wirklich darauf ankommen lassen, die Veranstaltung aus Rache zu sprengen? Ich bin nicht so wie die, und das werde ich Ihnen beweisen, sagt Johanna zu Louise, Marc Weinmann, bevor sie sich auf den Weg macht. Als Gerner vor den Aktionären den großen Wert der Familie betont, schaltet sie sich ein. Dazu würde ich gern etwas sagen.